Herzlich Willkommen bei mir auf dem Kanal und wir sind wieder im Beredo-Studio, Maya ist da und wir haben folgendes Bild gemacht. Und wie wir das gemacht haben, das zeigen wir dir gleich in dem Video. Aber vorher wollen wir noch mal fragen, ob es von der Modelseite her für so ein Foto vielleicht irgendwas zu beachten geht. Maya, erzähl mal, Make-up für so ein Bild? Muss ich da extrem viel Make-up machen? Ne, das nicht. Also ich bin jetzt ein bisschen stärker geschminkt, aber das kann auch ein bisschen natürlicher sein, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Also das ist nicht weiter vorgeschrieben. Ne, bei dem Bild kann das durchaus auch ruhig ein bisschen natürlicher sein, finde ich auch. Klamottenmäßig, klar, für so ein dunkles Bild ist es natürlich, kommen wir Sachen an. Ich finde das Oberteil ganz cool, weil man da noch ein bisschen Haut, wenn man es wieder sieht, dann säuft das nicht ganz so ab, irgendwie. Ja, ansonsten, wir sind nämlich soweit fertig, wir haben das Bild ja gemacht und ihr schaut euch jetzt mal an, wie wir das gemacht haben und dann würde ich sagen, abonnieren nicht vergessen. Tschüss! Bei diesem Licht-Setup arbeiten wir wieder nur mit einer Lichtkülle und zwar mit einer großen Softbox, 1,20 Meter. Maya ist heute da und wir machen ein schönes Bild. Wir nehmen einmal nur das Licht direkt von einer Seite und fessern das, bedeutet, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das aus dem Winkel genau so sehen könnt, aber Maya steht hier und die Mitte der Softbox ist ungefähr hier. Das heißt, zwei Drittel des Lichtes schießen eigentlich an hier vorbei. Das bedeutet, das greift das Licht, fließt hier schön dran vorbei und wird unglaublich weich dadurch. Und genau das wollen wir haben wollen. Wir wollen ganz, ganz weichen Look haben, aber halt auch nur eine Seite wirklich schön beleuchtet, die andere Seite soll ein bisschen dunkel werden. Ich vermute mal, wenn wir jetzt aber so ein Foto machen, dann wird mir diese Seite sehr, sehr absaufen, aber das gucken wir uns einfach mal an. Ich mach mal ein Bild. Ich hole mir vorher einmal mit der Graukarte eben bitte den Weißang gleich. Ja, genau. Schauen. Dankeschön. Sehr gerne. Ich schieße direkt in den Rechner rein. Somit kann ich jetzt hier mit der Pipette mir den Weißang gleich nehmen. Dann habe ich den gleich eingestellt, fertig für das Shooting. Und ab jetzt haben wir mal den gleichen richtigen Look können wir von da aus ein bisschen besser das kontrollieren. Wir machen jetzt mal ein Testfoto. Hier, Kopf noch ein bisschen rüber zu mir. Ja, so ist es cool. Ja. Das ist genau das, was ich gedacht habe. Ich blende das Bild mal ganz kurz ein. Und wie ihr seht, ist diese eine Seite leider viel zu dunkel. Also müssen wir rechts ein bisschen aufwählen. Das könnte man jetzt entweder mit einem Blitz machen oder in unserem Pfeil nehmen wir mal einen Reflektor. Einen Moment. Wir haben da ja mal was vorbereitet. Wenn wir uns das ja schon grob denken konnten. So. Bist du da? Ja, ne? Ich bin da. Alles klar. So. Bedeutet, das Licht schießt jetzt einmal gegen den weißen Reflektor. Wir haben nur eine weiße Wand. Und hält ganz eben diese Seite wieder auf. Weil wir wollen die Charakteristik dieses Lichts natürlich schon behalten. Das eine Seite will ich stark beleuchten. Und die andere Seite soll schon im Schattenbereich sein. Vom Posing her würde es, drehe ich mal ganz gerade zu mir, würde es so wenig Sinn machen. Weil wenn wir jetzt direkt von einer Seite nur mit Licht arbeiten, wäre jetzt Ihre Schulter hier extrem hell. Würden wir uns vielleicht sogar schon ausfressen. Und dann wird es das Licht im Gesicht angesetzt. Das heißt, Ihre Schulter wäre definitiv der hellste Punkt. Wenn du dich jetzt ein bisschen zur Seite drehst, dann haben wir alles so ungefähr in einer Ebene. So als Posing-Geschichte vielleicht gar nicht schlecht. So und dadurch, dass wir jetzt da einen Reflektor haben, schießen wir uns das Licht zurück und hellen einfach die andere Seite ein bisschen auf. Machen wir mal ein Bild. Ja cool, viel, viel besser. Einstellungen habe ich vergessen. Ich fotografiere wie immer im Studio. 160. Verschlusszeit, ISO 100. Blende habe ich jetzt auf 6.3 gemacht. Ich fotografiere mit 85 Millimeter. Und könnte einmal nochmal, ich versuche nochmal ein Foto mir noch dazu zu holen. Ich bin ja noch nicht wirklich mehr zufrieden. Ich muss einmal die Haare hin zur Seite. Bisschen? Ja, das ist cool. Sehr gut. Kopf ruhig noch ein bisschen weiter rüber. Ja, genau, aber gerade. Bisschen gerade. Ja, genau, cool. Sehr gut. Ja, stark. Wunderbar. Okay, dann viel Spaß beim Nachmachen und postet euer Ergebnis mal ein bisschen in die Kommentare. Würde mich sehr viel interessieren. Und nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.